Also bin ich jetzt heiß oder bin ich jetzt laut? Also der Pegel sagt auf jeden Fall laut, weil gerade noch die Musik lief glaube ich, okay? Also der Pegel sagt bei mir auf jeden Fall, ich bin noch so wie gerade eben, sollte eigentlich auch passen. Ja die Musik ist auch extra laut gewesen, weil ich ja nicht gequatscht habe, aber okay. Dann sind wir auf dem selben Stand, okay. Das einzige was ich gemacht habe ist den Fuzzi da hinten töten, damit wir uns jetzt das Gespräch noch mal anhören können. Dax. Wen haben wir denn hier? Ich habe es nicht ausgehalten. Zu viele Ratten. Sie schwärmten ins und aus dem Gebälk. Ich ihn muss ihnen Angst eingejagt haben. Deshalb bin ich fort und habe etwas untypisches getan. Was ist geschehen? Diese elenden Ratten. Sie haben ein kleines Kind eingekreist. Also habe ich, also habe ich ihn gerettet. Jetzt sieh mich an, Schätze. Damit endet die Geschichte vom Schwarzhuhn Dax. Ich muss dir danken. Nimm was du willst, wenn ich weg bin. Ich könnte es dir auch jetzt geben. Aber Ach man, der Arme. Ich komme wieder und der beste Mann ist am sterben. Ja, das ist leider so. Oh nein. Wow, ich kann es mir nicht nehmen. Das Spiel will mich wieder verarschen. Mibu-Pilgerreise-Ballon. Ein Mibu-Ballon aus dem Jahr der Drachenquell-Pilgerreise, versiegelt mit einem Gebet für eine gesunde Entwicklung. Bring den weißen Mibu-Ballon zum Platzen und falte die Hände zum Gebet. Wer vom Wasser getroffen wird, erfährt kurzzeitig gesteigertes Wachstum in allen Bereichen. Auf dem Ballon steht für Tenkishi von Dax. Ach der arme, der arme, arme, arme Dax. Mann, 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 mann. Ärgerlich. Was ist los? Okay. So, hier könnten wir auch noch mit jemandem sprechen. Irgendwo. Warst du das? Nein. Hier war doch irgendjemand, der reden wollte. Da vorn liegt die Festung des Innenministeriums. Schaltet sie aus und es gibt immer noch Ashina. Jetzt geht's. Yay. Oha, das heißt, wir können hier sogar noch mehr machen. Wir müssen nicht einfach Isshin töten, sondern hier ist noch mehr. Oh oh. Whoa. Whoa. Oh. Oh. Feuerwehr, ja extra für uns. Ministerium vielleicht steht. Wow, 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 wow. Ihr seid zu schlecht, Leute. Ihr seid zu schlecht. Innenministerium. Ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind hier an der Stelle, wo wir diesen Gollum getötet haben. Da sind wir da hinten lang. Da oben war dieser Büm-Büm-Büm-Typ, der erste, den wir kennengelernt haben. Warum sterben die alle? Wegen Feuerwerk, ja. Aschina wird besetzt. Eine Krankheit namens Drachenfäule breitet sich aus. Glaube ich zumindest, es liegt daran. Die Drachenfäule ist Wiedergänger. Nee, nee, die Drachen, ähm, das Drachenblut ist der Wiedergänger. Die Drachenfäule ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dahergehend, dass die Leute, die vom Drachenblut sind, immer wenn die wieder auferstehen, äh, ziehen die aus allem Leben, ähm, ihre Energie. Und dadurch können die wieder auferstehen. Und deswegen sterben eben andere Leute dann, statt deiner. So hab ich's zumindest verstanden. Oh, wow. Der Typ ist wirklich sympathisch. Alter. Jetzt ist gut. Alter, was ist hier los? Was ist das denn jetzt wieder für einer? Warum ist der so stark? Hä? Hä? Alter, warum war der denn jetzt so stark?